ja freunde was geht willkommen zu diesem video und heute gucken wir uns mal lustige videos an zum beispiel tik tok sehen wer lachte schreibt sie unten in die kommentare aber da ist es nicht so gut ich habe es zu gucken wir sind wir sind wir sind happy lama angry lama dancing lama flying lama surprise motherfucker i'm a banana you're a what i'm a banana what happened to your clothes i'm a banana i'm a banana i'm a banana i'm a banana den tanz kann ich warte wir gucken jetzt so uns lustige wer lacht der hat vor uns was willst du machen ist die kacke da am dampfen bad boys bad boys was willst du machen ist die kacke da am dampfen wir kacken auf die eine wir kacken auf die andere wir kacken auf dein buddy und wir kacken auf dein vader wir kacken jetzt wir kacken mit wir kacken wir kacken wir kacken wir kacken Und ich sag dir, Mensch, die hatten ne Dekolette, Mensch, die war richtig ausgebaut, ne? Die, was, meinst du ein Dekoyer? Ich sag, ich hab so ein Dekolette, ich dachte, wie kann man Sprengstoffs offen lagern, ne? Ja, moin. Die hatte einen Ausschnitt, die konnte sich durch den Ausschnitt die Knie waschen, ne? Und anschließend gehen wir heute auch zu Clash bei ihr rüber. Ja, was soll man dazu sagen? Frauen sind wie Zigaretten. Anfangs ziehen sie gut, hinterher hinterlassen sie nur Unheil. Hey, was geht das denn? Ich entgegen gesehen, ey, was, oh shit, bin ich tot? Ich wollt nicht spoilern. Ja, scheiße, bist du John Wick, Mann? Ja, du heiliges Gackt, du schützt mich mal, das ist ein Geiles. Wenn ihr auch zockt, könnt ihr auch gerne mit mir mal zocken. Ich heiße Froschen in ihr Elf. Wenn ihr mal so, wenn ihr es findet, könnt ihr auch mal gerne mit mir zocken. Ja, scheiße. Mensch, wo bin ich denn hier gelandet? Ihr seht zusammen aus wie ne soft, nur lambierende des Todes. Schämt euch, Männer. Es ist wartende Action. Weg mit den Neidern und Flaschen. Besoffen. Weg mit den Pitches und Snitches. Weg mit den Ficker und Sprecher, die alles wegsacht. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich dachte schon, das wäre was, aber es ist nichts. Hey Alex, mit KS, weil du ein Pole bist. Mein Lieblingsdönergesicht. Ich mag euch Menschen eigentlich nicht, aber du bist gar nicht so schlecht. Hey, tsch, tsch, warte, 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 warte. Bevor du jetzt noch blöder guckst, ich sag dir, das war schon so, als wir angekommen sind. Du musst so einen Unruhestift und einen Unruhestift betrieben haben, der nichts Besseres zu tun hat, als einfach mal in Müll zu wühlen. Was machst du denn da, Alter, was Spagat oder was? Dieser Druck, der macht mich einfach fertig. Das ist gut, er was. Was? So eine fette Katze. Das kenne ich. Oh, den großen Arsch. Ja, Moin. Moin, jetzt gucken wir uns mal was anderes an. Über Pinguiner. Der Moin. Ja, was gibt's noch? Ich bin im Paradies. Ich schwöre, ich kann fliegen. Ich schwöre, ich kann fliegen. Nicht auf die Fresse. Oh, scheiße. Missgeburt. Warte, ich hab mich. Ja, motherfucker. Shit, fuck, fuck. Fuck, 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 schlinder. Ja, ja, fuckt euch alle. Ja, jetzt brauch ich Ass. Ja, die sind ja Massage. Ja, ich sag doch, ich leg dich so. Oh. Ja, kack, kack, kack. In der Böge, in der Böge, in der Böge. Ich will dich, Anna, ich will dich. Ja, scheiße, immer noch. Schütteln, die Polo-Rolls. Ja, voll. Schütteln, die Polo-Rolls. Na ja, Leute, wir gehen anschließend zu Clash Royale. Da sind wir auch. Und wir spielen jetzt zu Clash Royale. In zwei Tagen ist, ähm, ich hab also fast dieses, in diesen Trank bekommen. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr reinkommen möchtet, auch reinkommen. Wenn ihr auch, ähm, bei Clash Royale zockt, könnt ihr auch gerne in unseren Clank kommen. Aber nur, wenn ihr wollt. Ja, ich will mal nach ne Runde. Mal sehen, ob wir gewinnen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja, jeder will an die Pö. Immer diese Nerven mit der Pö. Nee, nee, nee. Nie mit der Pö. What? Junge, ich hasse diesen Mega-Neid, ne? Der ist so nervig. Ja, einer überlebt. Na, der ist down. Ich hasse Mega-Neid übertrieben. Wenn er keine Skelette mehr hat, dann können wir angreifen. Das ist so wichtig. Oh, diese Dings. Ja, bleibt vielleicht stehen in die Bombe hinein. Moin. Oh, sie! Mann, oh. Es nervt, wie geht's? Wenn er Mega in den Alltag hat, was soll ich denn machen? Ich hab gar nichts gegen einen Mega-Ritter. Ich kann ja nichts, ich kann nichts machen. Ich kann halt wirklich nichts machen. Okay, er hat, glaube ich, keine Skelette. Aber dafür Päcker. Oh, komm, 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 push, 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 push. Er ist unter Druck, er ist unter Druck. Tom, easy. Na, sehen wir. Zack, boom. Was, wir haben mit 82 AP überlebt. Ja, moin. Er hatte gar nichts. Er konnte auch nichts machen. Das war ja auch das fiese. Naja, nee. Dann machen wir noch ein Testspiel. Ups. Oder nee, wir gucken uns an. Oh, Elektro-Arenner. Ah ja. Da will ich auch bald hin. Ich weiß nicht, was er setzen soll. Oh, starke Waiküre. Naja, Leute. Das wollen wir nicht alles sehen. Aber das war's mal wieder mit dem Video. Bis dann. Oh, drüben sie jetzt. Naja, Leute.